Was läuft hier?! Alter! Wir müssen doch zusammen bleiben, man! Ich bin hier mit Zahnlevan grad zusammen. Ich komm mal zu euch. Beziehungsweise ich versuch's. Betäuben! Kann ich noch mal betäuben? Ja, und noch eine betäuben! Was? Hallo? Nein! Was für ein Kampf! Ehrenhafter Tod! Dein Kampf! Nee, das war echter Kampf. Warte, ich hau der in meine Eier, ich auf den Boden... Ja, ehrenhafter Tod halt! Das passiert, wenn du, äh... Während du, während der dich tötet, so umschalt und so drückst halt. Ja, ja, eben. Kommt, Freunde! In dieser Woche bekommt ihr meine Arbeit quasi geschenkt! Nein! Wir laufen weg! Ich steh ganz vorne! Oh, jetzt nicht mehr! Oh, oh! Lauf mir denn hin, Mann! Wasch! Da hab ich deine Rüstung, ne? Ja! Ey, wir sind dabei immer noch Erster, alles kein Ding! Ja, sie haben einen neuen Verfolger! Hinter uns! Zahnlevan wurde... getötet! Ja, ach, ne! Was hat denn machiert? Nein! Nein! Nein, nein, nein! Was hat das denn? Oh! Ach, komm! Das packen wir noch, das packen wir noch! Ja, das gewinne, ich bin cool! Oh, ich bin ruhig! Es gibt ne, ich bin aufわzeichen weil, der macht das gewinnst! Ja, das ist jetzt nicht so cool wie ich bin! Ja, das ist jetzt jetzt ja, was wir haben! das sind jetzt ja jetzt ja mal kommen, was wir sind, wir sind jetzt weichen! ja mann ich bin besser als der beste von denen ok jetzt kommt immer so eine es kommt immer so eine Wertung am Ende yeah die Kette was? bist du nicht der Rumshelle? was wo komm ich denn hin? automatisch was? nein Rückspiel ablehnen oder weiter? da können wir so auswählen was wir machen wollen ah jetzt bin ich da in der Rumshelle aber ich hab da nichts erhalten doch zwei Auszeichnungen ich weiß noch nicht was das ist ja geh mal nicht auf Rückspiel ablehnen weil da kann man jetzt immer so wählen was man machen will was machen wir? Kopfjagd, Eskortieren, Truhenjagd? ähm was stimmst du? Kopfjagd nochmal Venedig Venedig ist immer noch geblieben ja 7 Stimmen ah das kann was werden ey ach du scheiße ey Lose Level 2 yes äh ach komm nehmen wir mal hier Special Charaktere danke immer noch an Skillfreak nö den kann ich nicht nehmen den haben die jetzt genommen äh das hat er gesagt ne der hat ich mir geschenkt ja geil wie geht denn das überhaupt? äh kein Plan äh okay offensiv auf ja äh da hinten warum laufen die alle rum auch die will immer noch ihre Profilpakete aus okay oh also diese Ritter sind unsere ja Ziele Ziele ja ich laufe hier grad auf den Dächern entlang ok wars los fuck fuck ich wollte gar nicht jetzt habe ich beide einfach nur so verwendet scheiße jetzt ich räume hier alles ab das war jetzt mega scheiße jetzt ich räume hier alles ab das wird ja auch mal hier auf dem Boden ne komm weg sie liegen in Führung bam geh auf weg den hab ich auch markiert gehabt ok drauf treten drauf treten ja mach ich oder auch nicht oder auch doch da oh nein der ist es nicht der ist es nicht der andere ich hab den markiert gehabt doch den anderen markiert gehabt nein ich hab den markiert gehabt ja da haha mit meiner drauf treten drauf treten pum ja nach einem nach einem ehrenhaften kill bist du immer so ein bisschen betäubt ja ich weiß ich weiß ich weiß das weiß ich die map die der da hinten schön und jetzt noch der dann geh ich mal auf den anderen weil ich cool bin das ja wo ist der ach der hat sich ach der hat sich verpisst ok der hat ein neues Profilpaket ausgewählt ich wollte grad hochhelfen na 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 matrix wie kommen die zwölf ja das ist eine ganze Gruppe ich kann dir nicht sagen wer wer ist ja junge ich hab Fähigkeiten ach du warum bist du verkleidet man ja weil ich die eigentlich überraschen wollte warte mal ok ich komm von hier und setz Stürm ein was los pam wie konntest du das einsetzen ja Stürm halt ne Fähigkeit so der ist es der da ja ja ich hab aufregel ok und dahinten ist noch einer ist noch einer noch eine Gruppe diesmal hab ich keine Fähigkeiten mehr und der andere ist es hey ich wollte dich grad auch wiederbeleben man kann ja nachher wenn einer betäubt ist kann man den ja wiederbeleben dann ist das das gut ok 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 gut ah scheiße ich muss auf meinen Templerblick warten 1 so ohne den ist man irgendwie immer voll verloren da ist er dahinten ist der andere Stufe 29 ja wo ist er jetzt der andere der ist es hinter der der da wegläuft ja ich bin betäubt ja der 2010 getötet waren Stufe 3 die 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 ich ja gesagt der wäre es aber ich bin mal nicht sicher ok der war es Ich weiß nicht, wer es ist. Ja, gut. Hast du gut gemacht. Yeah. Und nochmal hier. Gleiche Schänden. Was los? Jetzt geht's los. Jetzt ist Party angesagt. Jetzt ist eröffnet. Zwirtenbares Spektakel. Boah, ich hab den richtig sogar. Ja. Ey, nicht voll zu den töten. Kann traut den drauf treten machen. Er soll 50 Punkte. Ja, Junge, wie du wieder ausrastest, wir gepunkten. Ich möchte 6.000 mit einem Kill haben. Ja. Ich möchte Gift haben. Nein, der ist nicht. Nein. Sorry. Komm schon. Komm, Rade. War aber auch einfach. Ja, geil. What the fuck? Alter, wie ich abgehe. Okay. Wie schlecht wir sind. Eigentlich schon, ne? Irgendwie. Ach egal. Oder? Skype, Alter. Skype kackt gerade auch bei dir ab. Ja, hast du nicht irgendwie skrummeln gehört? Ach so. Ach so. Da kommt einer angelaufen. Und umschalt. Ey, 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 ey. Die Rauchbombe war aber ganz schön lang schon gezündet. Da kann er nicht einfach so durchdraufen. Ne, Hacker. Hacker. Fucker. Ja, Chris, Chris 5800, den könnt ihr jetzt alle voll zu flegen. Das ist so geil. Ja, der läuft einfach durch meine Rauchbombe durch. Der hat ja auch eine gemacht. Ne, ich war das. Ach, aber warum wurde ich dann auch betäubt? Egal. So, was geht ab? Ey, da hinten ist einer. Der hat's verkleidet. Ich hab mich auch verkleidet. Wo? Da, der Typ. Der da, der da, der da, der da. Der. Ich, ja. Der da rumsteht. Ey, hinter uns, ne? Fuck. Verkleidung weg. Ich, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ne. Hallo, wo ist denn meine Rauchbombe? Wie der abgeht. Der tut jedem, ne, Junge. Wo ist denn meine Rauchbombe hin, hä? Weiß aber, erstmal warte. Ich spawne. Einer kommt da gleich irgendwie so ein Dach runtergesprungen. Betäubt. Tschüss. Aber dann kommt noch einer. Weißt du, ich, ich werfe da auch Bombe. Ich werfe da auch Bombe. Oh, komm, wir noch eine Gruppe mit Ernst. Die Ernst. Da geh ich mal nach. Oh, die hat mich einfach umgeballert. Was? Das sind drei. Oh. Oh, weißt du. Digga. Moob. Hierahrercote. Flucht. Okay, ich kann. Das bestimmt Deutsche. er er darf da tot Matrix kommt als er scheitert ich habe auch seit der tollen mit das hat sich aber gegen meinen Hinterkopf bekommen zu mir Panik als zu mir leid wenn ich gar nicht so viel aber auch 15 dafür jetzt weiß auch nicht so gut bin ich aber ja nebenbei und das ja das ist der andere noch weiter Nein! Oh! 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 Das kann man gar nicht als Nullzubehrer nennen, sondern irgendwie Let's Schweigen oder Let's Leg auf den Finger oder so. Alter, die liegende Weide! Oh! 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 Ach, der hat das gerade überdinkst gemacht! Ja! Läuft, warum... Ist es wieder auf G? Warum läuft der? Das ist doch gar nichts! Was? Ja, was los? So! Ui, ui, ui! Mitzeigen! Schmuck!